Vorsicht, hier kommt was Heißes von hinten. Hier rein mit den warmen Brüdern ins Stahlwerk. Immer rein mit ihnen. Oh, was? Stahl ist schon voll direkt? Was? Moinsen und herzlich willkommen zurück zur New Cycle. In der Early Access haben wir es wieder geschafft, Alkohol zu produzieren. Und ich bin jetzt an dieser Schwelle angekommen, wo ich Alkohol machen kann und habe aber jetzt noch nicht mal ansatzweise alle Ressourcen auf meiner Karte verbraucht, so wie das beim letzten Mal der Fall gewesen ist. Ja, da waren wir ja dann schon relativ nah an diesem Deadlock, wo man dann keine Ressourcen und so mehr bekommen hat. Und jetzt hat man ja auch Möglichkeiten, ein bisschen mehr gegenzusteuern noch, wenn bestimmte Sachen fehlen. Also zum Beispiel beim Holz können wir zum Beispiel unsere Obstbäume dann fällen in der Obstplantage und haben die Möglichkeit, darüber dann noch Holz zu bekommen. Also das ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen flexibler. Wenn es Engpässe gibt, hat man immer irgendwie noch die Möglichkeit, was zu tun. Ja, also man ist nicht völlig hilflos dann. Wie in der Preview, die wir noch gespielt hatten, wo das alles ja halt auch noch nicht gebalanced war. Ja, wenn ihr das hier feiert, dass wir uns New Cycle reinziehen in der Early Access, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die man am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das hier findet, dass wir jetzt mal ein bisschen Draht raushauen vielleicht. Als Gegensatz oder als Gegenleistung für, ja gut, Fleisch könnte man mal nehmen. Da haben wir irgendwie jetzt nicht mehr so viel. Das kostet auch nicht so viel. Lassen wir uns mal, ja 150 gegen 150, 75 Fleisch, ein kleiner Puffer noch zusätzlich. Kann glaube ich nicht schaden. Guck mal, da haben wir wieder 500. Es ist zwar gerade auch immer noch ein Überschuss bei uns, aber ja, ich gehe lieber auf Nummer sicher. Schon mal ein bisschen, wir haben zu viel Draht. Draht geht generell eigentlich, oder ging in den letzten Sessions nie gegen Null. Da hatten wir immer zu viel, also von daher würde ich sagen, kann man das noch am ehesten Mal aushandeln. So, wir sind gerade dabei, eine Impfstoffforschung durchzuführen. Da fehlen uns jetzt noch ein paar Kupferbarren tatsächlich. Und wenn wir die haben, zehn Stück, haben wir das abgeschlossen. Und da haben wir wieder Kinder bekommen, die erwachsen geworden sind. Nice. Das wird den Peter Pan aber ganz schön ärgern, wenn die alle erwachsen werden. Unglaublich. So, da würde ich sagen, ja, was würde ich sagen? Das ist eine gute Frage, was ich sagen würde. Fehlt uns irgendwie ein Erz oder so? Eisenerz wird jetzt doch wieder ein bisschen weniger. Können wir hier diese Mine wieder in Gang setzen? Ja, sollten wir vielleicht mal tun. Da haben wir jetzt ja die Handhabe, das zu tun. Wir haben jetzt auch das Personal, das zu tun. Und wir können eigentlich auch gleich nochmal einen kleinen Ausbildungsdurchgang machen, würde ich sagen. Wir hatten jetzt ja auch noch die bessere Kneipe. Hatten wir die schon geupgradet? Ja, genau, die hatten wir schon geupgradet. Stimmt. Ah ja, Medizin wurde gesagt, soll ich produzieren lassen. Das ist eine gute Idee. Lass mal hier noch eine Brennerei aufstellen, neben der Brennerei, die wir schon aufgebaut haben. Und lass mal hier den Brunnen noch upgraden zu einer Pumpe, genau. Denn beim Wasser, ja, wird es schon wieder ein bisschen enger auf jeden Fall beim Wasser. Bei der Nahrung sieht es noch halbwegs gut aus. Aber wir hatten jetzt auch schon die fortgeschrittene Nahrung produzieren lassen. Genau. Oh, da müssen wir mal jetzt auch mal eine Zuweisung machen. Gib mal hier den Handwerkern, geben wir jetzt mal die angemessene Nahrung. Äh, genau. Und die Regulierung, lass mal auf Regulierung, genau. Äh, machen wir mal so. Damit die bessere Nahrung kriegen, damit die nicht so schnell krank werden und nicht so schnell sterben. Weil denen muss es schon, würde ich sagen, mit am besten gehen von allen. Weil die ja am teuersten sind. Wenn wir die verlieren, verlieren wir ja im Endeffekt immer 800 Papier. Ne, 200 Papier und irgendwie Werkzeug halt. Weil die müssen wir ja wieder neu ausbilden dann, wenn die einmal weg sind. Die kriegen wir ja nicht kostenlos. Das heißt, die müssen wir eigentlich pimpern ohne Ende. Eigentlich können wir gleich mal sagen, mach mal zusätzliche Rationen bei Wasser und so. Dann, dann erhöht sich bei denen nämlich auch die Moral und dann arbeiten die auch wieder effektiver. Bei den Arbeitern haben wir ja schon die Rationen erhöht. Sollten wir jetzt vielleicht nicht noch mehr erhöhen. Ich würde es vielleicht tendenziell sogar eher ein bisschen reduzieren. Vielleicht mal tatsächlich eher so auf zusätzlich gehen. Weil jetzt wird es doch ein bisschen kritisch mit den Ressourcen. Ich sollte dazu vielleicht noch einmal erwähnen, dass ich auf einem selbst angepassten Schwierigkeitsgrad spiele, also Custom, wo ich den Nahrungs- und Wasserverbrauch reduziert habe für die Leute und wo ich die Geburtenrate erhöht habe, weil es momentan immer noch so ist, in der Version, die ich heute aufnehme, 19.01.24 nehme ich auf, dass die Kinder nicht mit abgespeichert werden. Was natürlich bei jedem Neuladen dazu führt, dass das Bevölkerungswachstum wieder bei Null ist. Das heißt, das ist schlecht. Da muss man immer erst wieder warten, bis das wieder in Gang kommt. Und das andere Problem ist, ähm, das habe ich jetzt vergessen, was das andere ist. Aber auf jeden Fall, ihr wisst, was das Problem ist. So, jetzt müssen wir mal Medizin produzieren, meine lieben Freunde. Das machen wir jetzt einfach mal. Achso, ja, Zinn. Zinnbarren müssen wir noch machen lassen. Es ist immer irgendwas, was fehlt. Aber wir haben ja jetzt an sich erstmal genug Eisenbarren. Wir stellen jetzt hier einfach mal auf Zinnbarren um. Diese eine Schmelze, genau. Weil dann kriegen wir die nämlich relativ schnell. Und dann ist die Medizin auch am Start. Das erste Mal, dass wir Medizin produzieren. Aus dem Alkohol, den wir im Nachbargebäude produzieren. Das ist doch schon mal nice. So, und das heißt, unsere Krankenstation ist jetzt voll einsatzbereit und aktiviert. Guckt euch das an. Jetzt überzeuge dich von der absoluten Überlegenheit dieser voll einsatzbereiten und mit Medizin bestückten Krankenstationen. Nicht schlecht. Und 36 Äpfel sind drin. Jetzt können sie eigentlich gar nicht mehr... Wenn jetzt noch einer krank wird, ohne Witz, und dann noch stirbt, dann hat der das nicht anders verdient. Dann trauer ich auch nicht. Dann kommt der direkt auf den Friedhof. Da habe ich dann absolut keinen... Da hat das... Ganz ehrlich. Der hat jetzt die beste medizinische... Äpfel, gesunde Ernährung, medizinische Versorgung, noch Rationen, doppelte Rationen. Und hast du nicht gesehen. Also wer da jetzt noch stirbt, ist selber schuld. Ganz ehrlich. Wer da jetzt das noch nicht hinkriegt, das Memo nicht gelesen hat, der hat es nicht anders verdient. Sag ich ganz ehrlich. So, jetzt hier gleich nochmal Häuser bauen und so. Wir brauchen mehr Häuser. Ich glaube, das ist auch gerade so ein Engpass. Kann nämlich auch dazu führen, dass wir vielleicht nicht unbedingt so viele Kinder machen, wie sie eigentlich könnten, wenn nicht genug Platz ist. Ein Apple a Day, genau. Immer schön ein iPhone am Tag kaufen. Ganz wichtig. Dann bleibt man gesund. Das ist nämlich dieser Spruch. So, Ziel erfolgreich abgeschlossen. Es ist alles bereit. Wir können nun mit der Produktion der funktionalen Testprobe beginnen. Wir werden versuchen, den ersten Impfstoff in einer groben Form zu produzieren und zu testen, indem wir Proben, insbesondere Blut von erkrankten Personen sammeln. Dazu werden wir immer ein Jahr brauchen. Was? Ein Jahr? Unser Fokus auf dieses spezielle Problem bedeutet, dass wir in diesem Zeitraum nicht zum Wissen und Arbeitsertrag... Ja, sieht man. Ja, da. Alles ausreden. Die wollen einfach nur nicht arbeiten, die Schweine. Ja, wir machen eine Impfstoffforschung. Ein Jahr lang. Ein Jahr bezahlter Urlaub. So eine Scheiße. Minus 25% Wissenszuwachs für alle Klassen. Ihr seid doch alle Lappen. Okay. Ich mache jetzt hier die Forschung für die Stahlversorgung. Stahlversorgung. Stahlproduktion. Stimmt, das müssen wir auch machen. Oh, da ist die Bevölkerung explodiert. Also in die Höhe explodiert. Nice. Gleich mal nochmal hier Ausbildung. Wie viel Ausbildung können wir uns denn jetzt noch leisten? Höchstens noch drei Leute. Äh, haben wir überhaupt noch genug Papier? Oh, Verbrauch. Papierverbrauch ist ganz schön hoch. Genau, Konserven und sowas. Oh Gott, das kommt ja dann auch noch. Wir müssen ja noch die externen Gebiete auch erschließen. Aber warte mal, können wir das nicht sogar schon anfangen eigentlich? Guck mal, hier gibt es ja auch, äh, Zeug, eine Nachricht von der Gemeinde. Alter, du kommst halt auch zu nichts, ne? Handlungsvorschlag. Chef, unser Volk ist stolz auf das Leben, das es sich aufgebaut hat. Unter ihrer Führung sind wir weit gekommen. Jedes Jahr war eine Herausforderung und wir haben einen weiten Weg vor uns. Uns bleibt nichts anderes als positives Denken. Und wir haben eine Idee, wie es uns ein wenig einfacher machen können. Wir wollen diesen Wachstumszyklus jedes Jahr mit einer kurzen Pause feiern. Die Feste. Wie die Feste, die unsere Ahnen früher hatten. Falls sie es angebracht finden, können wir jedes Jahr zu bestimmten Zeiten eine Zyklusfeier veranstalten. Das klingt aber auch komisch. Als wenn da alle Frauen zusammenkommen und irgendwie ihren Zyklus feiern oder so. Das hat natürlich seinen Preis. Es ist ihnen überlassen, ob sie das wollen oder nicht. Weihnachten, Silvester wird gerade... Ne, das ist die Zyklusfeier bei Frauen. Das kennt man doch. Da sind sie doch dann auch immer besonders gut drauf. Wir haben uns das verdient. Die Manager-Aktion ist aktiviert. Was ist uns erlaubt, uns zu bestimmten Zeiten des Jahres eine Zyklusfeier zu organisieren? Ja, ist klar, komm, mach. Neue Regelung. Zyklusfeier. Nice. Okay, warte, 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 warte. Straßenbau wollte ich machen hier, genau. Struktur. Lass mal... Ne, erstmal einen Wachturm, genau. Bauen können wir den ja schon. Und dann eine Straße noch. Und dann einen Brunnen auch. Training abgeschlossen. Oh, zwei Leute. Nice. Entwicklung abgeschlossen. Ja, dann können wir nämlich gleich mal das Metallwerk dann upgraden auch. Ah ja, Moment. Wir müssen natürlich auch aufpassen wegen... Wegen hier Stromo. Vielleicht sollten wir lieber nochmal ein Kohlekraftwerk vorher bauen, ehrlich gesagt. Könnte schlau sein. Oh, ein Achievement. Nice. Wald eingerichtet. Was? Der Wald wurde eingerichtet? Wie, mit Ikea-Möbeln oder was? Wurde der eingerichtet? Ikea-Wald. Man kennt ihn. Gibt's in Schweden an jeder Ecke. Oh, da ist der Baum umgefallen. Der Witz war zu schlecht. Das hat der Baum nicht ausgehalten. Hat er nicht vertragen. Oh Mann, oh Mann. Ripp Baum. Schwede hat Bäume auf dem Gewissen. Aber ist alles gut. Ist eh nur der Ikea-Wald. Erhöhe die Zahl der Einwohner auf 350. Ach ja, da war ja was. Warte auf Fortschritt. Ja, dann warten wir mal auf Fortschritt, wa? Darauf warten wir eigentlich die ganze Zeit schon. Oder kommt und kommt einfach nicht dieser Fortschritt. Ich mach mal hier die Grenze für die geile Nahrung nochmal ein bisschen hoch, ne? Weil irgendwie hab ich das Gefühl, das ist nie die Idee. Äh, was können wir denn noch ersteigern hier noch? Warte mal. Wir brauchen auch eine höhere Grenze für Kohle, zufällig. Ja. Mach da mal noch eine höhere Grenze hier. Getreide, warte mal. Da können wir auch gleich mal eine höhere Grenze machen, wa? So, und ich glaub, ich baue jetzt noch ein Sägewerk. Soll der jetzt. Warte, Produktion. Sägewerk. Hier, nehmen die Dings. Was ist passiert? Zehn Jahre. Überlagerung, was? Ne, Überjagung. Chef, es mag absurd erscheinen, dass uns die Beutetiere ausgehen könnten, wenn es nur noch so wenige von uns gibt, die auf die Jagd gehen. Wir versichern dir jedoch, dass wenn wir so weitermachen, wir den Tierbestand in unseren unmittelbaren Umgebungen und danach die Tierbestände angrenzender Gebiete komplett ausrotten werden. Wir brauchen eine neue Regelung für unsere Jagdreviere. Oh nein. Es gibt uns, es bleibt uns keine andere Wahl, als unseren bisherigen Ansatz zu überdenken, damit die Jagdreviere sich auf natürliche Weise erneuern können. Die Entscheidung obliegt dir, doch die Natur fügt sich unseren Wunschvorstellungen nicht. Die Fleischproduktion wird um 60% zurückgehen, die Fischproduktion wird während des Sommers um 80% zurückgehen. Das Gleichgewicht der Natur. Der ewige Geist. Ja gut, von mir aus, dann mach halt. Wenn es halt so sein soll, dann ist es halt so. Wir werden das Gleichgewicht respektieren. Null Einwohner sind durch Krankheit gestartet. Da hat sich die Medizin direkt bezahlt gemacht. Nicht schlecht. Die feiern auch jeden umgefallenen Stuhl. Na klar. Zwei Tage Sandsturm ist es nun gewesen. Und wir haben eigentlich keinen Schaden davon getragen. Also nur mentalen Schaden. Guck mal, da haben wir Stromo produziert. 8952. Ich glaube, diesen Puffer sollten wir auf jeden Fall in Anspruch nehmen. So, jetzt gleich nochmal ein Sägewerk. Also das Sägewerk war ja schon, genau. Hier Papier nochmal, damit wir die Ausbildung schneller vorantreiben können noch. Stadthalle aufwerten. Dann mach mal. Was brauchen wir da? Zickelstein. Eisenbarren. Glas. Und Draht. Da ist der Draht heiß. Der heiße Draht. Na gut, dann machen wir das. Sollen sie mal machen. Stadthalle aufwerten. Da bin ich mal gespannt. Wie die dann aussieht. So, die Einwohner brauchen wir da noch. Haben wir jetzt hier eigentlich schon überall Leute drin? Oh, die sind alle schon voll, die Wohnungen. Wir haben, glaube ich, gerade so ein bisschen einen Wohnungsmangel. So, da müssten sie doch jetzt ja auch eigentlich einen Moralbonus haben, oder? Guck mal. Fantastische Moral. Bei den Arbeitern. Sehr gut. Die anderen noch nicht so ganz, aber die sind eigentlich auch schon bei Fantastisch. Das sieht doch gut aus. Das kann sich doch sehen lassen. Die Gesundheit hat den Bonus gepusht. Dann sollten wir auf jeden Fall noch Alkohol, also noch Dings hier machen. Getränke. Aber da brauchen wir mehr Weizen noch, glaube ich. Da reicht unser Weizen-Output jetzt nicht aus. Ganz komische Wege nimmt das hier. Frauen feiern ihren Zyklus und die anderen ihren Stuhl. Jeder feiert irgendwas. Manche haben halt nur ihren Stuhl, den sie feiern können. So ist das halt. Wir können ja schon froh sein, dass die keine Toiletten bauen müssen noch zusätzlich. Dass Wasser ausreicht. Stellt euch mal vor, man müsste noch für öffentliche Toiletten oder so sorgen die ganze Zeit. Ein Albtraum. Oh was? Da ist die Sicherheitsabdeckung gar nicht am Start. Okay, dann müssen wir da nochmal einen Wachturm aufbauen. Hilft alles nix. Warte mal, dann machen wir den doch gleich mal. Und die Straßen dann noch durchziehen. Und jetzt müssen wir wieder warten, bis Kinder erwachsen werden oder Menschen sich in die Stadt verirren. 18 Nasen werden dann erwachsen demnächst. Nein, Feuer! Nein, das Wohnhaus! Vollständiger Einsatz. Alles einsetzen, was geht. Mal sehen, ob sie das Wohnhaus gelöscht kriegen. Hier bin ich mal gespannt. Wasser haben wir zum Glück gerade genug zum Löschen. Ein Überschuss. Hier bei der krassen Nahrung ist auch ein Überschuss am Start. Nein! Das Haus ist explodiert. Aber komplett explodiert. Da sind nicht mal Trümmer übrig geblieben. Nur so ein paar kleine Bröckchen. Was haben die da in ihrem Haus gemacht, frage ich mich. Die haben da den ganzen Alkohol gebunkert wahrscheinlich. Der ist in Flammen aufgegangen. Kann nur sowas sein. Oh, wir haben aber ganz schön viel Getreide. Merke ich gerade. Ja, wenn das so ist, warte mal. Dann können wir noch eine Produktion. Können wir noch eine Brennerei jetzt machen. Soll der Geiz. Hier, noch eine Brennerei. Für Alkohol. Alkohol. Mehr Alkohol. Schwarzbrenner war das. Das hat aber gut gebrannt. So wie bei den Simpsons, wo Hummer der Bierbaron geworden ist. Und dann in der Badewanne dann Alkohol gemacht hat. Immer diese Einwohner in Spielen, die ihr eigenes Haus anzünden. Ja, verstehe ich auch nicht. Warum die das immer machen. So, Bier, meine lieben Freunde. Aber braucht keinen Sinn mehr. Ja, geil. Man hat doch in der Preview immer Zinn gebraucht fürs Bier. Das haben sie rausgenommen. Das fand ich auch so dämlich. Das habe ich nicht verstanden. Also ich habe das Glas noch irgendwie verstanden. Wegen, das muss auch irgendwie in einen Glaskug rein. Aber das Zinn, vor allem einen Barren immer für einen Durchlauf, habe ich nicht verstanden. Ich habe immer so überlegt, vielleicht ist das der Deckel von der Bierflasche. Und für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede. Die Preview haben wir ja schon gespielt von der Early Access. Und da musste man noch den Zinnbaren noch haben. Das ist jetzt wesentlich sinnvoller. Ich glaube auch die Menge an Getreide haben sie glaube ich auch reduziert für einen Durchlauf. Das war auch glaube ich viel mehr. Das war glaube ich 30 oder so vorher. Auf jeden Fall viel höher glaube ich. Das haben sie jetzt deutlich. Die haben jetzt einfach das mehr gebalanced. Also die Verbrauchswerte sind halt jetzt nicht mehr ganz so krass extrem. Und es kann auch sein, dass die Produktionen ein bisschen mehr raushauen. Das ist schon viel besser jetzt. Muss man einfach mal sagen. Sehen sie sich um, Chef. Sehen sie, wie unser Abenteuer sich entwickelt hat. Von lumpigen Zelten zu einer blühenden Gemeinschaft. Alles dank unserer Hingabe und Einigkeit. Ne, ne, ne. Alles dank durch meine Managementfähigkeiten. Und dank der Tatsache, dass ich den Schwierigkeitsgrad angepasst habe. Darüber hinaus ist unser Fachwissen zu elektrischer Infrastruktur und Metallverarbeitung stark gewachsen. Trotz ihrer Primitivität haben unsere Elektroschaltkreise den Weg für den Bau von Maschinen geebnet, die uns unsere schwere Arbeit abnehmen. Wir können klein anfangen und simple Werkzeuge automatisieren. Aber damit setzen wir eine Mechanisierungsbewegung in Gang, die uns viel weiter bringen kann. Wir sollten umgehend anfangen. Produziere 30 Elektrowerkzeuge. So, so. Ziel erfolgreich. Abgeschlossen. Ah, die Stadthalle wird jetzt gebaut. Jawohl. Alter Schwede, wir haben so viel ausgebildet, ne. Und wir sind schon wieder... Also, das ist nach wie vor immer noch krass, wie... Also, ich habe es schon ein bisschen auch so gemacht, dass jetzt mehr Leute in die Stadt kommen. Die Gruppen, die kommen, werden größer und so. Und ich habe natürlich die Geburtenrate hochgedreht. Aber man merkt teilweise, es ist immer noch teilweise nicht genug Bevölkerungswachstum. Für dieses riesige Wachstum, was man da braucht. Ja, diese ganzen Betriebe brauchen halt so abartig viele Leute. Das ist echt krass. Bis da mal genug am Start sind. So, das Ziel haben wir jetzt aber abgeschlossen. Medizin 60 und Alkohol. Jawohl. Und da ist jetzt die Moral... Was? Die Moral ist gesunken? Wie kann das eigentlich sein, wenn sie Alkohol haben? Frag ich mich. Was ist da eigentlich los? Ah, der ist noch nicht richtig ausgeschenkt worden. Kann das sein? Vielleicht wollen sie noch Milch haben. Die wollen noch Milch haben. Die Milch-Bubbies. Das sind halt das Anti-Alkoholiker in der Stadt. Die mögen Alkohol nicht. Äh, was? Hier wird Alkohol aussehen. Alkohol? Was ist mit Baileys? Oder hier mit Milch-Shake. Milchshakes. Das sind Milchshake-Junkies. Gruppe annehmen. Drei Leute. Jawohl. Immerhin besser als nix. So. Jetzt willst du ja nämlich hier mal die Werkstätten noch upgraden. Da braucht man ja dann wieder Spezialpersonal. Das wird ja dann das nächste Ding. Da müssen wir ja wieder ausbilden. Aber wir haben jetzt mehr Papier. Das ist doch schon mal gut. Guck mal, wir können schon mal gleich eine Ausbildung machen eigentlich von den fünf Leuten. Ich bitte um ein Treffen. Ein Gast. Ein selbstgefälliger Gast. Seien Sie gegrüßt. Wir sind das HR. Wir sind als HR bekannt und geschäftlich hier. Falls Sie Interesse haben. Was für ein Geschäft fragen Sie? Nun. Das des Volkes natürlich. Wir sind nicht direkt eine feste Organisation. Wir zwangsvollstrecken hauptsächlich Personen, die ihre Verbindlichkeiten gewissen größeren Körperschaften gegenüber nicht erfüllen können und nehmen ihre Bürden auf uns, bis ihre Schuld beglichen ist. Danach liefern wir diese Leute zu denen, die ihre Schulden decken. Ganz einfach. Ich habe eine hübsche Truppe aus 13 Leuten, die ich Ihnen übergeben kann. Es heißt, einige davon sind sehr bewandert in gewissen technischen Bereichen. Oh ja, her mit denen. Das klingt furchtbar, aber erzählt mir mehr. Hören Sie auf mit dem Mist. Sagen Sie mir, was Sie für Ihre Freilassung wollen. Erzählen Sie mir mehr. Sie erfahren den Preis für 13 Leute. Wir freuen uns, dass Sie keine Einwände gegen unser Geschäftsmodell haben und uns so schnell akzeptiert haben. Wir möchten Ihnen einen Einstiegsrabatt gewähren für 13 Leute. 210 einfaches Werkzeug. Ui. Ja, machen wir. Deal. Ein paar Menschen kaufen. Menschenhandel. Ja, machen. Wir brauchen gerade Menschen. Passt. Der kann ruhig öfter vorbeikommen. Händler zum Handeln eingetroffen. Ja. 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 Okay, weg. Sklavenhändler. Buh. Ja, warte. Der hat ein gutes Angebot gemacht, der Mann. Das ist ein Geschäftsmann. Außerdem sind die selber schuld, wenn sie sich versklaven lassen, weil sie ihre Verbindlichkeiten nicht abtragen. Selber schuld. Was machen sie denn? Schulden. Müssen ja keine Schulden machen. Oder wenn sie schon welche machen, können sie sie ja wenigstens bezahlen. Easy going, ja. Und dann wirst du auch nicht versklavt. So einfach kann es sein, ja. Kann so einfach sein. Das Leben ist so leicht. Man muss es nur beherrschen. Spielberg kauft sie frei. Genau, er ist ein Philanthrop. Und das kommt auch noch dazu. Ich habe sie philanthropisch und ganz uneigennützig freigekauft. Schrei gefaltet, da habe ich sie. Genau. Nein, alles ist gut. Das passt schon. Die haben es schon alle drauf. So, jetzt machen wir hier gleich mal, weil wir jetzt ja Menschen bekommen, gleich mal den Upgrade von dem Metallwerk. Genau. Weil dann kriegen wir nämlich schneller und effizienter die Werkzeuge. Und das ist gut. Leiharbeitsfirma Spielberg und Co. Das sind alles Leiharbeiter. Leiharbeiter. Leih, Leih, Leih eigenen Leiharbeiter. Die Leih eigenen. Man kennt sie. Menschenschinder-Ausbeuter. Und was es noch für Namen gibt, für Bären, die Spiele spielen. Menschenschinder-Ausbeuter. Nicht schlecht. Der Händler, der zieht jetzt auch weg. Der hat auch genug hier. Boah. Hahaha. Da wird gleich das Sägewerk pulverisiert. Das ist der Zorn Gottes. Der Himmel wird uns auf den Kopf fallen. Da protestiert sogar der Donnergott. Krass. Oh, scheiße. Das ging aber ins Auge. Bullseye. Hat er zielsicher getroffen wieder. Was waren da jetzt eigentlich produziert worden? Das war Papier, ne? Ich glaube, ja. Haha. Wusch. Ja, was halt so passiert, ne? Wenn man Sklavenhandel betreibt. Da wird der Gott gleich sauer. Kann es sein, dass Blitze nur dort einschlagen, wo gerade eine Kamera ist? Das ist mir auch vorhin schon aufgefallen. Ich hab so überlegt. Hm. Ich war ja mit der Kamera gerade bei dem Bergwerk gewesen vorhin. Also in einer der vorangegangenen Episoden. Und, äh. Da ist ja auch der Blitz genau da eingeschlagen, wo ich gerade mit der Kamera vor... Vielleicht sollte ich einfach die Kamera irgendwo in der Ecke parken, wenn es regnet. Vielleicht schlägt der Blitz ja dann nicht ein. Also mir ist das echt auch schon aufgefallen. Auch schon in den früheren Durchläufen. Ist der Blitz überhaupt mal jemals so eingeschlagen, dass man es nicht gesehen hat? Also, dass man nicht den Blitz selber auch sehen konnte. Vielleicht ist es echt so ein Algorithmus, der sagt, damit das spektakulär aussieht, schlage nur dort ein, wo der Spieler gerade hinguckt. Vielleicht trackt das ja irgendwie den Ausschnitt vom Bild. Und sagt dann, jau, jetzt, jetzt guckt er gerade. Und weil der Blitz ja erfahrungsgemäß nur in Küchen oder Sägewerke einschlägt, oder Minen... Ist das dann... Sollte man beim Regen lieber nicht auf entsprechende Gebäude schauen. Wahrscheinlich. Man sollte einfach schauen, dass man wegschaut. Menschliches Handwerk. Hier. Handliche Menschen. Genau. Und schon haben wir keine Arbeiter mehr. Aber hey, dafür haben wir jetzt eine schöne gesteigerte Menge an Werkzeugproduktion. Sollten wir eigentlich gleich haben, wenn das hier jetzt richtig auf Hochtouren läuft. Das sieht doch gut aus. Wie sieht es denn mit dem Wasser aus? Wasser ist im Über... Ja, ist ausgeglichen. Nahrung ist gerade auch nicht ganz so krass am Stab. Vielleicht noch eine Küche upgraden? Dann kann der Blitz da auch einschlagen. Dann lohnt sich das wenigstens. Muss ja auch nicht teuer sein, wenn der Blitz einschlägt irgendwo. Erfolgreich abgeschlossen. Impfstoff wurde abgeschlossen. Okay. Impfstoff entwickelt. Unsere Bemühungen werden nicht vergessen. Die Monate der harten Arbeit haben sich endlich bezahlt gemacht. Wir können nun Vorkehrungen gegen bestimmte Krankheiten treffen. Ja, Covid, ne? Alter, wieso ist er eigentlich so unscharf auf einmal? Er hat einen Impfstoff genommen und hat sofort Schärfe verloren. Gibt's ja gar nicht. Auch wenn der Verbrauch von Medizin und die dazugehörigen Behandlungszeiten zu einem gewissen Grad steigen werden, sind wir zuversichtlich, einen stabilen Prozess etablieren zu können, durch den wir uns das leisten können. Das ist ein gewaltiger Schritt zu einem zivilisierten Leben. Und was hat das jetzt für einen Vorteil? Wären die jetzt wenigstens weniger krank? Die Wahrscheinlichkeit von Epidemieausbrüchen ist gesunken. Plus vier Gesundheit für alle Klassen. Die Pro-Kopf-Verteilung von Medizin ist um 60 Prozent erhöht. Habt ihr nicht mehr alle Latten am Zaun? Und vor allem, warum hast du eigentlich so ein Post-Impf-Syndrom, in dem du unscharf geworden bist? Was ist da eigentlich passiert? Jetzt werden die alle so unscharf und verschwommen, weil sie alle geimpft wurden. Das ist nämlich nicht die Grafikeinstellung. Das ist der Impfstoff. In Medizin haben sie eh nicht noch. Das macht mir ein bisschen Angst. Kann das sein, dass wir da erstmal nochmal ein bisschen... Ah, Kräuter fehlen. Okay, wir müssen mal mehr Kräuter noch anpflanzen. Was hatte ich jetzt hier gekocht? Fleisch war es, glaube ich, ne? Machen wir mal hier so zack, zack. Genau, jetzt haben wir einen gespart hier. Ich glaube, ich mache mal gleich noch ein Beet für Kräuter, weil anscheinend für die Medizin reicht es sonst nicht. Kräuter-Medizin, meine lieben Freunde. Die armen Leute sind hier nur am Arbeiten. Da gibt es keine Freizeit. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist gelogen. Wir haben tatsächlich, hier Fake News, ja? Wir haben alle neun Tage, haben wir ihnen einen freien Tag gewährt. Da haben sie drum gebeten. Das habe ich akzeptiert. Das stimmt nicht, dass die nur arbeiten. Das stimmt nicht. Und dann haben sie auch noch dieses einjährige Superfeier da. Die Zyklusfeier haben sie auch noch gekriegt. Die haben so viele Privilegien. Viel zu viele, ganz ehrlich. Viel zu viele. Das ist eine Sauerei, wenn mir unterstellt wird, ich würde die Leute nur arbeiten lassen und nicht spielen. Das stimmt nicht. Nein, nein, nein. Da widerspreche ich. Wehemenst. Wehemenst widerspreche ich. Wir müssen hier mal die Rezepte wechseln. Ich sehe gerade, wir haben doch keine Nahrung hier mehr. Genau. Und du arbeitest viel mehr. Ja, genau. Ich muss viel mehr machen. Ich muss Multitatsing machen. Die ganze Zeit hier. Lauter Multitatsing. Hier nimm mal beim Sand welche raus. Wir müssen hier das noch auffüllen. Auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Kräuter als Sand. Sand Kräuter. Und fürstlich bezahlt werden sie auch. Das stimmt. Hier. Jetzt schneit's. Und wir haben schon wieder 90% Inventarfüllung irgendwie. Wie kann das eigentlich sein, frag mich. Können wir die eigentlich jetzt schon mal upgraden auch? Ja, mach mal. Komm, wir graden jetzt mal die Dinger ab. Dann erhöhen wir die Kapazität auch. Okay, Ziel abgeschlossen. Welches Ziel war das jetzt wieder? Werkzeug liefern. Ach ja, das waren die... Ah, da haben wir jetzt wieder Spezies und Menschen gekriegt. Sehr gut. Nice. Wunderbar. Es ist so toll. Gänsehaut. Meine lieben Freunde. Gänsehaut-Moment. Aber nicht, weil's so kalt ist. Wunderbar. So, also wir haben jetzt die Alkoholproduktion am Start. Und jetzt käme ja als nächstes dann Stahl. Das wär jetzt so die nächste Sache. Hier wird ja grad Draht produziert. Draht haben wir aber im Überschuss. Lass mal hier gleich noch ein Upgrade für diese Anlage machen. Genau, erst Alkohol produzieren und dann besoffen ins Stahlwerk. Auch da beim Stahlwerk muss ich auch immer an die Simpsons denken. Mit dem Stahlwerk und den warmen Brüdern im Stahlwerk. Das war immer lustig. Everybody dance now. Vorsicht, hier kommt was Heißes von hinten. Oh Mann, ja. Ja, 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 genau. Das war das. Hier rein mit den warmen Brüdern ins Stahlwerk. Immer rein mit ihnen. Oh, was? Stahl ist schon voll direkt? Was? Nee, ich wollte grad sagen. Jetzt geht's ja rund. All das Ding hier ist jetzt auch aktualisiert. Siehste? Warte mal, da können wir gleich mal das Limit erhöhen. Ah, das ist schon auf 3000. Krass, dabei kommt Stahl doch eigentlich gar nicht so schnell in so großer Menge rein. Das ist ja interessant. Mach mal hier beim Sand vielleicht noch ein bisschen mehr. Oh, jetzt haben wir 100% Lagerauslastung. Oi, 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 oi. Hä, ist das jetzt nicht mehr geworden? Dieses Lager hat doch noch Kapazität hier. Verstehe ich gar nicht. Lager insgesamt. Hä? Kann mir das mal einer plausibel erklären? Das Lager hier hat noch 23.000 bis 23.000 Kapazität. Aber insgesamt... Achso, die sind alle voll. Ja, okay, dann müssen wir die anderen auch noch upgraden wahrscheinlich. So ist das. Genau. Nee, dann ergibt es Sinn. Nee, alles gut. Ich war gerade kurz verwirrt. Wir haben ja nicht alle geupgradet. Wir haben ja nur eins geupgradet. Okay, wir haben keine Einwohner verloren. 20 Leute sind erwachsen geworden. Gleich mal hier, hörtet ihr, machen. Wann kommt dann das Atomkraftwerk? Ja, das ist erstmal, kommt glaube ich, dann noch das Ölkraftwerk, bevor das Atomkraftwerk kommt. Mal ordentlich verhütten. Und hier nochmal eine upgraden. Müssen wir eh noch mehr machen. Die sollen ja auch alle in den ordentlichen Häusern leben. Ja, nice. Die Ausbildung hat funktioniert. Vier Leute geausgebildet. Ge-ge ausgebildet, genau. So sagt man das. Für gewöhnlich. Hier, warte mal, hier können wir auch noch Menschen reinstopfen. Immer schön die Menschen stopfen. Vielleicht noch eine Grube bauen für Stein. Weil ich sehe hier gerade, das ist nicht mehr. Da kommt nichts mehr rein mit Stein. Das müssen wir mal machen. Warte. Steingrube. Aber nicht hier, da. Da ist fruchtbarer Bereich. Spielmeer. Macht ja die Grube mal in die Mitte da. Weißt du, ob es aktuell ein Ende gibt im Spiel? Ähm. Keine Ahnung. Wenn es eins gibt. Also es gibt zwangsläufig ein Ende, wenn man am Ende des Forschungsbaumes angekommen ist. Dann gibt es erstmal keine weiteren Innovationen natürlich, ne. Wo wir hier gerade davon sprechen. Wir müssen mal weiterforschen. Ich stagniere hier gerade ein bisschen. Also ja. Irgendwann ist Ende mit Forschen halt, ne. Keine Ahnung, wie das dann genau aussieht. Wie sie das gestaltet haben. Ob es dann da vielleicht eine unendliche Forschung gibt. Wie bei Dyson Sphere Programm. Oder ob man dann einfach fertig ist. Nichts mehr erforschen kann. Prinzipiell muss man ja keine Extraforschung produzieren. Weil man bezahlt ja immer mit Ressourcen die Forschung. Insofern würde einem da jetzt auch nichts verloren gehen. Wenn man jetzt die Forschung schon abgehakt hätte. So, jetzt haben wir doch alle Lager geupgradet oder nicht? Oder fehlt jetzt noch eins? Wo fehlt denn jetzt noch eins? Irgendwo fehlt noch ein Lager, das noch nicht geupgradet wurde. Ich bin gerade schon wieder so blind, dass ich das letzte Lager nicht finde. Oh, guck mal. Unser neues Haupthaus. Haupthaus. Das sieht doch gut aus. Das sieht jetzt aber anders aus, oder? Als das, was wir schon mal hatten. Nicht schlecht. So, Moment. Irgendwo hatte ich noch ein Lager gebaut. Ah, ja, hier hinten. Genau. Das müssen wir auch noch upgraden. Sonst haben wir da ein Problem. Wer lebt denn 2029 noch? Ja, das ist eine gute Frage. Ah, hier, warte. Steine und Menschen. Sehr gut. Entwicklung abgeschlossen. Ach ja, das war die Ausbildung, genau. So, Moment. Dann machen wir gleich noch die Produktionsketten. Weil dann können wir nämlich auch die Werkstätten mal machen. Mal, 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 mal machen. Sehr nice. Ist hier überhaupt noch was zum Abbauen? Ja. Fell und Fleisch. Fleisch ist voll. Aber das liegt doch echt nur daran, dass die Lager voll sind. Ach so, ich habe vor ein paar Monaten gelesen, dass ein neues Fallout erst 2029 zu erwarten ist. Ja, das ist doch, ja gut, aber das ist doch eigentlich gar nicht so lange hin. Guck mal, wir haben jetzt 24. Es hieß ja auch lange Zeit, dass ein neues Elder Scrolls nicht vor 2025 kommt oder so. Und guck mal, wie nah wir da jetzt auch schon wieder dran sind an 2025. Es ist nur noch ein Jahr, bis wir 2025 haben. Also ich sage es mal so, das geht immer schneller, als man denkt. Ich muss auch ehrlich sagen, es gibt eigentlich kein Franchise oder kein Spiel mehr, wo ich sage, da warte ich jetzt so drauf und ich kann es gar nicht erwarten. Ich zähle die Stunden, die Minuten, die Sekunden, bis es rauskommt. Also da fällt mir ehrlich gesagt spontan nichts mehr ein. Aber es liegt wahrscheinlich auch einfach am Alter. Man wird irgendwie gleichgültiger am Alter. Man fiebert den Sachen nicht mehr so entgegen. Es ist einem irgendwie so ein bisschen egal. Man nimmt das irgendwie so im Vorbeigehen einfach mit, was kommt. So geht es mir irgendwie so ein bisschen. Dieses Hinterherfiebern hinter bestimmten Sachen. Das wird dann aber auch zugegebenermaßen abtrainiert durch die Qualität, die oft rauskommt von Dingen, auf die man hingefiebert hat so ein bisschen. Bei Filmen ist das auch oft so. Dass dann, man fiebert irgendeinem Film entgegen, keine Ahnung, von irgendeinem Franchise von früher. Und dann ist das halt riesen Bockmist, kommt raus, ist riesen Bockmist. Und man denkt sich so, na toll, umsonst gefiebert. Ja, und dann, keine Ahnung, irgendwann ist einem das dann auch Jacke wie Hose. Ja, dann kommt das halt erst 25. I don't care. Oder 28. Oder was weiß ich. Im Zweifel, ja, ist es vielleicht auch gar nicht gut. Man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es gut, man weiß es nicht. Aber ich werde jetzt da nicht hinterherfiebern. Ich glaube, ich baue gleich mal noch ein Lager. Irgendwie, ich sehe irgendwie gerade, dass das irgendwie nicht reicht. Vorne und hinten nicht. Weil ich glaube, das verhindert auch gerade, dass wir überhaupt irgendwas produzieren. Gerade auch bei der Nahrung irgendwie. Die Lager werden irgendwie schneller gefüllt. Also irgendwie die Platzen aus allen Nähten gefühlt. Dann haben wir wohl bei einigen Ressourcen den Puffer ein bisschen zu hoch gedreht. Oh, das ist aber in Bezug aufs Wasser und Essen auch nicht besonders gut. Was knallt denn hier so rein, ey? Was habe ich denn da zu hoch gedreht? Warte mal, Fisch haben wir sehr viel. Vielleicht sollten wir da mal umstellen. Vom Pilze auf Fisch. Aber wir haben auch gar keine Pilze irgendwo. Doch hier. Stell mal hier auf Fisch um. Dass wir vielleicht mal beim Fisch ein bisschen was rausnehmen und dann wieder eher Pilze kriegen. Beheilt euch mal hier mit dem Bau. Kann es nicht wahr sein. Braucht halt so lange. City Skylines 2 hat mich ziemlich auf den Boden geholt. Da war ich ziemlich gehypt. Ja, und wenn man diese Erfahrung ein paar Mal gemacht hat, dann zieht es einen dann generell auf so ein Niveau, wo man sagt, naja, ich warte mal ab. Das kommt halt raus. Entweder ist geil oder ist nicht geil. Kerbel Space Program 2 war letztes Jahr so ein Ding, wo ich noch so ein bisschen entgegengefiebert hatte. Und das kam ja dann auch erstmal in so einem Zustand raus, wo du dir sagst, Halleluja, wie konnte das eigentlich passieren, ja? An der Schwelle zum Aufstand. Was? Wir arbeiten stundenlang in dieser brütenden Hitze ohne angemessene Wasserversorgung. Ja, wir können euch geben, was ihr braucht. Warum ist der... Ach so. Weil jetzt Wasser auch blockiert war, oder was? Ne, genau hier, wenn wir hier noch eine Pumpe machen. Komm. Fremde, eine Gruppe Fremde annehmen. Immer rein. Und dann wird die Revolution umso lustiger, wenn es mehr Leute mitmachen. Wasser sieht sehr mau aus. Ja, ich glaube, wir müssen noch ein Lager bauen. Ohne Witz. Ich glaube, es liegt einfach an der Lagermenge. Weil wir jetzt auch durch den Alkohol und durch dieses Getreide und das alles haben wir so viele zusätzliche Rohstoffe bekommen. Und die meisten davon sind ja auch noch voll. Die werden gar nicht schnell genug verbraucht. Das wäre jetzt zu... Wir haben jetzt zu viel von allem und das blockiert uns die wichtigen Sachen. Okay, ich mache jetzt direkt noch ein Lager. Machen wir direkt hier noch eins. Komm, was soll der Geiz? Ich kann mittlerweile verstehen, was du weinst. Also von den Spielen, wo mein Bruder und ich uns drauf gefreut haben, sind alle unfertig und total verpackt rausgekommen. Genau. Das ist halt das... Am Anfang ist das... Beim einem Spiel, da kann das mal passieren. Aber wenn das halt immer wieder passiert, dann wirst du irgendwann... Dann stumpfst du so ab. Und denkst dir so, naja, das nächste Mal falle ich nicht drauf rein. auf irgendeinen Hype oder so. Und dann wirst du halt einfach gleichgültiger. Bei AAA-Spielen bin ich schon grundsätzlich völlig indifferent. Da interessiert es mich eigentlich schon gar nicht mehr wirklich. Wenn es halt... Genauso wie mit diesem Indiana Jones-Spiel, was jetzt angekündigt wurde. Ich mag Indiana Jones, ich finde das total geil. Aber selbst der Trailer sagt ja schon, Hm, Animation sieht nicht so geil aus. Und Hm, mal gucken, ja. Da bin ich schon so direkt so, na, mal gucken. Mal abwarten. Aber ich meine, ich hätte schon Bock drauf, das zu machen. Als Projekt vielleicht auch. Aber ich bin jetzt auch nicht, dass ich sage, Boah, ja, geil. Ja, 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 unbedingt. Also ja, unbedingt werde ich wahrscheinlich reingucken als eines der wenigen AAA-Spiele, die ich überhaupt auf dem Zettel habe. Aber bei vielen Sachen ist es mir auch völlig egal. Genau. Ähm, was haben wir hier? Bronze, Eisen. Brauchen wir alles nicht. Oh, wir haben keine Drahtproduktion mehr. Keine aktive. Euiuiui, ich muss mal wieder eine Fabrik bauen. Eine Produktion. Warte, da nehmen wir mal Stufe 2. Nochmal ein Metallwerk für Draht noch machen. Ja, vielleicht jetzt nicht unbedingt da. Vielleicht hier mal noch eins. Und dann eine Straße. So. Genau. Draht müssen wir noch produzieren lassen, permanent. Der geht nämlich gerade auch Richtung Süden. Und den brauchen wir für die Wartung auch noch. Und Kupferbarren sind auch bald vollgelaufen, glaube ich. Das ist auch so ein Punkt. Zinnbarren sind vollgelaufen. Für was brauchen wir eigentlich nochmal Zinn permanent? Also für die Bierproduktion ja jetzt nicht mehr. Aber für irgendwas? Mein letztes Spiel, was ich gefiebert habe, war New World. Seither bin ich sehr abgelöscht. Selbst Rogue Trader habe ich erst angesehen, als es eine Woche draußen war. Vorher nicht informiert, USW. Ja, ne, man wird halt einfach irgendwann... Man ist halt vorsichtiger auch einfach. Ja, man lässt sich nicht zu sehr mitreißen einfach. Also wie gesagt, bei Kirby Space Program war es dann mal... Auch so bei Kirby Space Program 2, da konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass es schlecht wird. Und dann ist es natürlich am Anfang halt zumindest. Und das Ding ist, es ist... Das Lustige ist, es ist nicht mal besonders schlecht. In dem Sinne, dass es ein schlechtes Kirby Space Program ist. Es ist halt nicht besonders ausgereift einfach. Das ist halt so das Problem bei dem Spiel halt. Es sind halt viele Sachen einfach nicht fertig genug. Immer noch nicht, ja. Also auch gerade beim Interface immer noch viele Dinge, die suboptimal sind und so. Aber naja, gut. So ist es eben, leider. Haben wir irgendwie ein Defizit an Klamotten? Ne, Klamotten-Defizit ist nicht am Start. So, jetzt bringen wir wieder Wasser rein und Essen. Ja, Essen sieht immer noch ein bisschen knapp aus. Ich mache mal hier noch eine bessere Küche draus. Der Anfang vom Ende. Chef, es ist wie befürchtet. Und unsere Befunde vermitteln das Bild einer todbringenden Zukunft in nicht allzu ferner Weite. Die Studien um die Umweltfaktoren, die wir aufgezeichnet haben, deuten definitiv auf eine globale atmosphärische Veränderung hin. Natürlich verfolgen wir sie noch nicht lange und können keine ganz exakten Annahmen treffen. Doch wir wissen alle, was der erste Sonnensturm unserer Zivilisation angetan hat. Der Niederschlag verringert sich täglich. Wir erleben trockene und längere Sommer. Wir durchleben offenbar erneut die Ereignisabfolge, die den halben Planeten in Brachland verwandelt hat. Wir können diesmal ein noch fatales Ereignis erleben, wenn auch unsicher ist wie fatal. Das einzige was wir wissen ist, dass viele Standorte auf der ganzen Erde, darunter unsere Siedlung, rapide verfallen werden, bis menschliches Leben nicht mehr möglich ist. Wir werden bald keine Getreide mehr anbauen können und es wird kein Tropfen Regen mehr fallen. Wir könnten sogar Konsequenzen sehen, die wir uns noch nicht ausmalen können. Was können wir tun? Ja, ich würde sagen, ich habe eine geile Idee. Wir kleben uns einfach auf die Straßen und behindern einfach die anderen Leute, damit die auf das Problem aufmerksam gemacht werden und uns dabei unterstützen wollen, was dagegen zu unternehmen. Lasst es uns tun. Müssen wir nur noch eine Klebstofffabrik bauen. Was können wir tun? Darauf haben wir momentan keine Antwort. Okay, das ist natürlich auch geil. Wir müssen die wahrscheinlichen Szenarien durchspielen, unsere Situation einschätzen und an einer Lösung arbeiten. Währenddessen müssen wir entscheiden, wie wir dieses Wissen der Gemeinschaft preisgeben. Es ist deine Entscheidung, Chef. Jeder hat das Recht, von unserem gemeinsamen Schicksal zu erfahren. Die ganze Gemeinschaft wird von diesem desaströsen Stand der Dinge wissen. Wir müssen darauf vertrauen können, dass alle damit umgehen können. Oh, oh, oh. Diese Information wird zurückgehalten, bis mehr über das kommende Desaster bekannt ist. Doch das hat, doch hat das Verbergen entscheidender Angelegenheiten vor der Öffentlichkeit seinen Preis. Ja, wahrscheinlich sickert irgendwas durch. Du kannst nie alles komplett geheim halten. Es wird nichts unternommen und das Thema wird abgeschlossen. Ich meine, hey, wenn wir einfach sagen, la, 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 es gibt kein Problem. Das wäre natürlich mal ein interessanter Ansatz, ja. Nee, wir sagen das jetzt allen, komm. Komm, stürzen wir unsere Gesellschaft ins Chaos. Bäm, wartet darauf, dass mögliche Entwicklungspläne angefertigt werden. Ja, geil. Na, jetzt wird es ja spannend, ja. Meine lieben Freunde, ich sag es euch. Und an dieser Stelle endet diese Folge New Cycle. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Bär-Nachrichtigungen. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Da wird es euch nicht teurer, aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das ist eine sehr coole Möglichkeit, um den Kanal zu unterstützen. Vielen lieben Dank, wenn ihr das schon gemacht haben solltet. Und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao, ciao.